Ja, moin moin, herzlich willkommen, SolduriTV. Folge 43 im Jahr 2022. Bisschen gelogen, wir machen erst drei Folgen, aber wir nehmen die Wochennummer. Von daher schauen wir mal, was die Woche bringt. Wird wieder eine kurze Folge, weiter geht's nach dem neuen Intro. Ja, und da ist er auch schon wieder. Ich hoffe, das Ganze gefällt ein bisschen besser. Ich finde es ganz gut. Ich würde mich über Kommentare darüber freuen, ein bisschen Feedback. Wäre schon klasse, wie es euch gefällt. Mal schauen. So, was haben wir diese Woche im Angebot? Gar nicht furchtbar viel. Eine Sache haben wir in eigener Sache quasi. SolduriTV ist alles eigene Sache, bla bla. Internet. Internet im Clubraum. Nach ewigen Zeiten steht uns endlich wieder ein Internetzugang im Clubraum zur Verfügung. O2 hat die Fritzbox geliefert. Ich habe diese Freitag angeschlossen und ein Gäste-WLAN eingerichtet für alle Mitglieder. Dies könnt ihr also frei jetzt nutzen. Auch ebenso Gäste, die ihr mitbringt und den Clubraum zeigt. Ja, Zugangsdaten findet ihr unterhalb des Routers an der Wand. Mache ich nochmal ein bisschen schön. Ist jetzt nur so ein hingefuschter Zettel. Aber Hauptsache Internet. So, das zu diesem Thema. Zweites Thema der Woche, sag ich mal. Wir gucken mal bei Facebook rein, weil Völke hat ziemlich coole Bilder von dem letzten Gaslands-Abend gepostet. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich klicke da jetzt einfach mal so durch. Schöner Bronco. Geil sind auch die Bolter an der Seite. Von einem Rhino vermutlich. Entweder RTB-01 Marines oder halt ein alter, alte Luken-Bolter von einem Rhino. So, Backpack, Space Marines geht immer. So, dann haben wir hier noch ein Buggy. Auch wieder 40k-Teile. Immer gerne genommen bei den Gaslands-Spielern. Das denn? Das ist ein schwerer Flamer. Ich vermute mal von einem Lehman Russ oder von einer Chimäre. Ne, wird wohl, glaube ich, eher eine Chimäre gewesen sein. So, was haben wir hier? Auch interessant mit dem Raketensilo vorne in der Front. Das ist auch ein Chaos-Teil von 40k. Und die beiden Last-Pistols. Wie geil ist das denn? So, hier seht ihr nochmal das Feld, auf dem die Rennen oder das Rennen jedenfalls vom letzten Mal ausgefochten wurden. Es sieht auch sehr cool aus. Allein schon die ganzen Spuren. Sieht halt echt aus, als wenn es da die ganze Zeit Gummiabrieb auf der Strecke gibt. Hier nochmal. Oh, schade. So ein schöner Ferrari Testarossa. Und er brennt. Aber naja, gut. Ich wusste gar nicht, dass es auch Hubschrauber gibt bei Gaslands. Aber mal gucken. Vielleicht gab es da eine Regeln-Update. Finde ich auf jeden Fall cool. So. Da haben wir auch schön die Blau. Das ist noch nicht ganz fertig. Aber die Sold Cannon von 40k auch. Sehr schön. Was ein Kaliber. Hier nochmal der Bronco. Das sieht auch sehr geil aus. Ich glaube, das Ding nehme ich als Thumbnail nachher. Der sieht cool aus. Was ist das? Ein Lotus? Ja, ich glaube ein Lotus Esprit. Auch sehr schön. Was das vorne ist, die Waffe, weiß ich nicht. Das könnte aber auch ein Gaslands-spezifisches Teil sein. Ich glaube, es gibt auch für Gaslands so Kit-Anbieter, die so Waffen und allmöglichen Gelump anbieten. Womit man seine Autos bauen kann. Ja. Hm. Eingeparkt. Auch nochmal eine Szene. So. Hier seht ihr zum Beispiel die Schablone. Also die Bewegungen werden mit Schablonen gemacht. Je nachdem, in welchem Gang. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Letzte Glass-Grenz-Spiel ist bei mir gefühlt Milliarden Jahre her. Ich glaube, du hast eine Schablone. Je nachdem, welchen Gang du hast, kannst du gewisse Schablonen nehmen. Aber da kann Völker ja vielleicht mal schrägstrich Turbopups in den Kommentaren mal sein Bestes geben. Und mich verbessern, wenn ich da falsch liegen sollte. So. Und ich glaube, da sind wir auch schon einmal rum. Ja. Sehr cool. Guckt euch das auf der Facebook-Seite an. Wenn ihr Spiele macht, das richtet sich jetzt gerade an die Mitglieder, die zuschauen. Wenn ihr von euren Spielen ein paar Fotos macht und einfach mir zuschickt über Discord oder über E-Mail, dann können wir das auch machen. Fragt gerne Zugang an, dass ihr auch bei Facebook eure Events einstellen könnt. Oder schickt das Ganze einfach an Völke. Und Völke, der packt das dann auf die Instagram- und auf die Facebook-Seite für euch. So. Und ich nehme das dann im Prinzip hier auch bei SodoriTV mit rein. So, kommen wir zur festen Rubrik, die immer am Ende kommt. Und zwar schauen wir einmal zusammen in den Event-Kalender rein nächste Woche. So. Na Katze, bleibt mir vom Leib. Erstmal zum Mutti gehen. So. Wir gucken mal rein. November müssen wir anklicken. Das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. So. Was haben wir? Oh, da ist sogar noch was zugekommen, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe. So. Wir haben am 1. Der Dienstag um 18 Uhr haben wir Infinity Fire Team. Findet im Clubraum statt. 300 Punkte werden gespielt. Und startet, wie gesagt, ab 18 Uhr am Dienstag. So, Katze. Du musst mal weggehen jetzt. Dich kann ich gerade nicht gebrauchen. Huii. So. So. One Take, let's grüßen. So. Also, wo waren wir? Ähm, nimm, 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 nimm. Ebenfalls am Dienstag. Erstmal wieder reinkommen jetzt. So. Ebenfalls am Dienstag findet in Henstedt-Ulzburg eine feste Gruppe statt. DSA 4.1. Ist aber kein freier Platz frei. Ähm. Dreht sich um, im Moment gerade um eine Söldne-Einheit. Nennt sich Garafan. Ähm. Wer Fragen hat, gerne im Discord fragen. Was ist Garafan? So, was haben wir noch? Wir haben Summoners. Das war vorhin auch noch nicht drin. Äh, Blutsacks reingeschrieben. Ich denke, das wird, ja, wird auch, es findet auch im Clubraum statt. Ab 20.33 Uhr, witzige Zeit, wird Summoners im Clubraum gespielt. Wer sich das Ganze einmal anschauen möchte, am Dienstag 20.33 Uhr. Könnt ihr das im Clubraum tun. So, kommen wir zum Mittwoch. Am Mittwoch haben wir eine Runde X-Wing. Und zwar hat der Kollege TurboPoops das eingestellt. 19 Uhr startet das im Clubraum X-Wing. Wenn ihr nichts habt an Schiffen oder sonst was, völlig egal. Wir haben genug im Clubraum. Kommt einfach vorbei. Schaut euch das Ganze an. Lasst euch eine Flotte zusammenstellen von TurboPoops. Und spielt einfach mal eine Runde mit. Die Regeln sind super einfach. Ähm, trotzdem kommt der Spielspaß und die Taktik nicht zu kurz. Also es ist ein leicht zu lernendes, aber schon anspruchsvoll zu beherrschendes System. So, am Donnerstag haben wir den zweiten Termin Infinity. Quasi wie jede Woche. Immer dienstags und donnerstags. Auch am Donnerstag starten die Jungs um 18 Uhr im Clubraum. Wer vorbeischauen möchte, ist da immer gerne gesehen. Auch da haben wir eine Clubraumarmee zur Verfügung. So, dass ihr mitspielen könnt, auch wenn ihr keine Miniaturen dafür habt. Am Freitag haben wir, passend zu dem Facebook-Post eben gerade, eine Runde Gaslands im Clubraum. Ab 18 Uhr startet TurboPoops da mit Gaslands. Und auch da könnt ihr einfach so mitspielen. Denn auch in diesem System sind wir mit einer sehr großen, durch TurboPoops und andere Mitglieder gebaute Clubraumarmee gesegnet. Also Fahrzeuge stehen en masse zur Verfügung, sodass ihr direkt loslegen könnt. Lasst euch das Spiel kurz erklären und guckt euch das Ganze einmal an. So, ebenfalls am Freitag haben wir die Nordland-Gruppe. Die Nordland-Gruppe ist eine Online-DSA 4.1-Gruppe. Sind auch, wie ich gerade lese hier, mit Spielern momentan komplett ausgebucht. Also ist voll. Die spielen die G7 momentan. Ja, Safira ist da, weiß ich gar nicht, ob sie die Meisterin ist. Nee, ich glaube, sie ist nur Spielerin. Wer sich da Informationen holen will oder Fragen zu hat, gerne auch in die Kommentare. Dann leite ich das an Safira weiter und wir können das nächste Woche behandeln. So, dann zu guter Letzt haben wir am Samstag die Gründergruppe quasi. Die DSA Solduri-Gruppe. Auch 4.1. Ja, auch die Gruppe ist momentan voll besetzt. Ich bin da momentan der Meister. Wir werden aber wohl fertig. so, dass jemand anderes meistern wird ab dem nächsten Termin. Auch wir sind da voll besetzt. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr eure Fragen gerne in den Kommentaren dazu loswerden, was denn da so gemacht wird. Ja, das war es im Großen und Ganzen schon wieder. Wieder eine kurze Folge. Wenn ihr Input habt, sei es in Form von Bildern, in Form von Infos, News, irgendwelche interessanten Sachen, irgendwas, was ihr in Online-Shops gefunden habt oder sowas, was ihr gerne allen mitteilen wollt und eben auch nach außen bringen wollt und raus nach außen nach außen heraus oder Ich baue den Satz um. Wenn ihr einfach was sagen wollt, was hier gut reinpassen würdet, einfach in die Kommentare im Discord an mich direkt schicken, an Völke schicken, an den Vorstand schicken. Irgendwie wird das seinen Weg finden. Wir haben tausend Wege, wie die Information hier ankommen kann. Es würde mich freuen, wenn der ein oder andere da auch was hat. So, dann werde ich euch mal mit der nagelneuen Endcard beglücken und wir sehen uns beim nächsten Mal in Folge 44, wenn es wieder heißt SolduriTV am Sonntagabend. In diesem Sinne, eine schöne Hobbywoche euch allen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö.